Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Es ist Mittwoch, es ist Update-Tag, es scheint zwar mal wieder keine Sonne, weil es pisst die ganze Zeit, aber wir haben trotzdem ein Update, wo einiges neu ist und vor allem auch zukünftige Sachen schon angekündigt wurden. Ich bin ein bisschen gespannt drauf, muss ich ehrlich sagen. Was haben wir neu? Legends Weekend, wie immer, wissen wir Bescheid, ist nichts Neues. Rising Rush, äh, Unterdimensions Rush Event ist nichts Neues. Das Ausrüstungskampf, da haben wir was Neues und zwar für Freezer Finale Form, eine neue schwarze Ausrüstung, speziell für einen Charakter, ihr seht ja DBL 0141S, und da ist ja ordentlich, Bruder, da ist ordentlich was. Da kann man sich eine krasse Ausrüstung zusammenbasteln, um den Charakter noch mächtiger zu machen und ihr seht ja, dieser gelbe Freezer ist es. Ja, nice, sollte man auf jeden Fall machen. Dann Leute, feiern wir die 80 Millionen Spieler, 80 Millionen Spieler, wo sind die ganzen Zuseher hier auf dem Kanal dann? 80 Millionen Spieler, wir gehen wieder rein in die Abenteuer. Wir sammeln buntes Konfetti und einen Glückwunschkuchen. 80 Millionen, stell dir vor, auf deiner Geburtstagstorte steht 80 Millionen, what the fuck. Wir kriegen dafür natürlich wieder Zeitkristalle, Tickets und diese 80 Millionen Medaillen. Natürlich gibt es die Abenteuer wieder ganz normal zu bekommen, dass 23 Stunden Abenteuer einmal täglich bei euren Missionen abholen, 7 Stunden Abenteuer bei Cell, 3 Stunden bei C17 und die 1 Stunden Abenteuer in der Tauschbörse von den 80 Millionen. Sollte man auf jeden Fall machen, immer schön laufen lassen, ihr wisst Bescheid, das Ganze geht auch bis 6.9., also fast ein Monat. Das ist eine Ansage, also wir können jetzt lange auf jeden Fall die Abenteuer spielen. Teamkampf, warum ist der hier eingeblendet? Keine Ahnung, der geht auf jeden Fall auch noch länger. Ah, wegen C18 wahrscheinlich, damit wir es nicht vergessen, ich habe heute ein Sprachproblem, damit wir es nicht vergessen, dass C18 ja noch immer da ist und wir C18 die neue Waifu Sparking farmen können, die jetzt auch... Kampf mit voller Kraft müsste neu sein, genau. Kampf mit voller Kraft ist neu, wo man 3000 Teile für sie bekommt. Das ist eine ordentliche Ansage auf jeden Fall, um sie eher auf 14 Sterne zu bringen. Und zwar dieser Kampf hier mit voller Kraft. Höchster Schwierigkeitsgrad mit den drei Partner zusammen, ihr kennt das Ganze, 4 gegen 1, ist ein eigenwilliger Spielmodus. Ob man es fühlt oder nicht, ist schwierig zu sagen, denke ich. Ihr seht es auf jeden Fall, bei Normal, Schwer und Scream gibt es gewisse Dropbelohnungen, immer beim ersten Mal. Die 1000 Teile für C18 und ihr seht, wenn ihr es öfter macht, auch wieder weiterhin diese Medaillen, die ihr eintauschen könnt. Mehr Damage macht ihr mit den neuen Charakteren, klar. Und diese Medaillen, sieht man die auch eingetauscht? Ja genau, hier. Diese Medaillen könnt ihr eintauschen gegen Event-Charakter-Tickets, gegen Teile für Trunks und so weiter und so weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall schon, sein Glück zu versuchen, im Kampf mit voller Kraft, ob die KI mitspielt, so wie sie soll. Ich würde es auf jeden Fall versuchen, auf einer Stelle geile Belohnungen. C18, Sparking, warum nicht auf höhere Sterne bringen? Da ist man doch dabei. Dann Legends Mega Rising ist da. Ob man den Banner nochmal ziehen sollte, ist euch überlassen. Ich glaube, da müsste schon ein sehr großer Trunks-Fan sein oder ein sehr großer Fan von Cell mit Verwandlung. Ist euch überlassen. Also ich quatsche euch da nicht rein. Ob ihr da zieht, ich würde es erstmal nicht tun. Denn genau, der Banner von Boo ist auch da. Aktuell noch immer bis 14.8. mit Ultra Boo. Vielleicht interessanter, da sein Glück zu versuchen, als bei den anderen Bannern, aber naja. Dann haben wir eine nagelneue Zenkai Awakening von, heute sprechen Bruder, von Son Goku Kaioken. Sehr geil, passt auch zu unserem Freezer natürlich, wo man jetzt die neue Ausrüstung bekommt. Hier dazu der Kaioken Goku. Bekommt man euch wieder easy Free-to-Play. Turm hochklettern, ihr seht es ja, super Serienkampf ist der Turm hochklettern. In Missionen gibt es, dann gibt es Zenkai Erweckungsbooster-Missionen, Zenkai Erweckung mit Zeitkristallen. Im Ultra Dimension Swash Event könnt ihr was eintauschen, bla bla bla. Es reicht aber, wenn ihr alle Missionen abschließt und den Turm auf Stufe 100 macht, dann ist er automatisch Zenkai 7. Sehr, sehr geil, das sollte man auf jeden Fall machen. Turm, wie gesagt, sind die neuen Charakteren immer die besten. Hier unter anderem ist Cell mit dabei. Aber auch ein älterer Cell, Legend Limited, der alte Gohan, der ein Zenkai Awakening hat. Ultra Vegeta auch mit dabei, sehr cool. Und ja, Leute, rein in den Turm kämpft euch da auf jeden Fall hoch. Was gibt es hier Neues? Cell-Spiele. Ah, ne, warte mal. Tötiges Spiel. Außer in drüber Sparkings und Goro Teenager. War das jetzt einfach nur der Banner? Jo, ist der Banner, oder? Das ist einfach nur der Banner, oder? Ja, das ist einfach nur der Banner. Ich war gerade verwirrt. Warum ist der Banner neu da? Haben sie wieder was geschwächt? Genau, wahrscheinlich wieder, ja, keine 20% Sparking-Chance und so weiter. Also jetzt ist der Cell-Spiele-Banner für den Arsch. Darf ich jetzt mal kurz überlegen müssen. Und dann was Geiles. Reveals and Stuff. Wir hatten schon lange nichts mehr gehört von dem Dragon Ball Legends Team. Abseits des 5. Jubiläums. Das heißt, am 14. 17.8. Millionen User weltweit erreicht. Und so kommen wir an den Updates. Außerdem gibt es Infos zu neuen Charakteren. Wenn ich neue Charaktere lese, dann bete ich jedes Mal zu Dende und Shenlong, dass es neue Charaktere sind. Und nicht der 12. Cell. Der 17. Der 59. Was weiß ich. Bitte, wenn dann neue. Aber da freue ich mich schon drauf. Werde mich für jeden Fall wieder live angucken und dann ein Video machen. Dann haben wir hier zur Feier der 80 Millionen User. Ja, genau. Diese Münzchen. Diese Münzchen. Genau. Sammelt Medaillen. Um sie gegen Z-Kraft-Multiplikatoren für LL-Charaktere oder Nachrichten einzutauschen. Natürlich wollen wir die Legend Limited-Teile haben. Und diese Münzchen bekommt man beim Login bei Missionen. Ewiger Sommerduell. Ah, die Rangliste, die heute beginnt. Heute beginnt die Rangliste um 11 Uhr. Das ist jetzt noch zu früh, wenn ich das Video aufnehme. Ah, das ist ja geil. Wenn ihr unter den Top 15 aller Kämpfer seid, erhaltet ihr Gegenstände, die gegen Z-Kraft von Legend Limited-Charakteren eintauschbar sind. Nice. Also Leute, rein in die Rangliste und verhaut euer Mikrofon. Gebt es den Gegnern hart. Heute ab 11 Uhr. Dann die Abenteuer. Richtig. Die Zenkai Awakening. Richtig. Haben wir gesehen. Ja, super Verstärkungskampagne. Läuft gefüllt immer. Wo man überall mehr Erfahrungspunkte, Zeni und so weiter bekommt. Nichts Neues. Hauptstory auch nichts Neues. Also die Münzen sammeln ist auf jeden Fall auch was Nices. Dann haben wir Legends Happy Summer. Äh, ja. War das nicht mit den Pay-to-Win-Tickets wieder? Ja, 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 ja. Ne Leute, ganz ehrlich. Da bin ich raus. Da bin ich raus. Also. Also. Wir gehen in den Shop. Da bin ich raus. Ich hasse das. Ich mache das nicht. Also. Du kannst für knapp 100 Euro dir ein Tütchen kaufen. Oder für 30 Euro dir ein Tütchen kaufen. Oder für 10 Euro. Bekommst dann Tickets unter anderem. Und diese Tickets kannst du dann eintauschen. Gegen ein Opening in dem Banner. In dem hier. Würde ich nicht machen. Würde ich echt nicht machen, Leute. Ja. Es sind immer geile Charaktere drin. Hier oben kriegst du 10 Legends Limited. Wenn du VIP und so weiter bist. Also. Ganz ehrlich. Nein. Nein, Leute. Das hier. Schon eher. Das ist es. Das ist was, woraus man auf jeden Fall ziehen kann. Und wahrscheinlich sogar sollte. Du kriegst nämlich pro 1000 Erziehung eine garantierte Legend Limited. Das ist geil. Da muss ich mir auch mal einen Screenshot machen. Um das nicht zu vergessen. Hoppla. Nicht die Lautstärke runterdrehen. Ein Screenshot. Das muss ich mir merken. Davon werden wir auf jeden Fall auch ein Opening machen. Diese 3000 Zeigerstelle werden sich sehr, sehr lohnen. Stell dir vor, ich ziehe dreimal Legend Limited. So ein Gohan Beast. Lecker. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt. Ultra Boo ist sonst auch noch da. Sell Spiele. Der Banner ist jetzt für den Arsch. Der Banner finde ich sowieso nicht gut. Ne. Würde ich eh lassen. Also wie gesagt. Wenn du wo rausziehen willst. Ultra Boo vielleicht Glück versuchen. Aber lieber hier das Happy Summer machen. Dann wie gesagt. Die Abenteuer sind neu gestartet. Die 80 Millionen Spieler werden hier gefeiert. Online Turnier. Online Kampf geht nachher um 11 Uhr endlich los. Dann beim Event ganz links ist wie gesagt der Turm, wo man sich hochklettern muss mit Son Goku Kaioken. Und die Missionen nicht zu vergessen. Die von 80 Millionen Spieler sind. Moment. Danke für eure Unterstützung. Genau hier. Hier sind die Missionen unter anderem. Also ganz easy. Die Medaillen sammeln. Tägliche Missionen abschließen. Charaktere K.O. Schlagen. Jetzt Online kämpfen. Super Serienkampf abschließen. Den Turm also. Und so weiter. Und so weiter. Lohnt sich auf jeden Fall die Missionen sich genauer anzugucken. Durch zu zocken. Und rein zu suchten. Ich denke die 80 Millionen Spieler können ganz gut Spaß machen. Die Sachen zu erfüllen. Neue Freezer Ausrüstung holen auf jeden Fall. Neue Zenkai Awakening holen. 3 Legend Limited ziehen. Ich bin prinzipiell sehr zufrieden mit dem Update. Auch weil es ein kleines ist. Aber es ist auch ein regnerischer Mittwoch. Nächsten Montag bin ich sehr gespannt. Was sie uns erzählen werden. Und ja. Dann würde ich mal sagen. Eure Meinung zum Update in die Kommentare. Daumen hoch, wenn es euch gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bruder Faske draußen. Vielen Dank an meine Top-Kanal-Mitglieder. Und ihr war es bei Holikaufen. Ciao. Abschirm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.